Egal wo ich Urlaub mache, ob Türkei, Bosnien, Kroatien, Griechenland, ich so vermisse diese Deutschland. Dort kein Stress, niemand rennt, alle Pianos, egal was passiert. Und hier schon Termine haben, Montag, erster Termin, 10 Uhr, zweiter Termin, 14 Uhr, dann abends wieder Termin. Und egal, wie man Geist geben, trotzdem irgendwas verpassen hier in Deutschland. Und ich vermisse diese Schreien hier, Chef Montag, schon schreien bei mir, egal was ich mache, diese sagen falsch. Und dort niemand schreien, niemand, 10 Tage, alle hallo, guten Morgen, bitteschön. Diese vermissen Schreien. Und was ich vermisse, Küche von meiner Frau. Oh, beste Küche, beste Küche. Dort immer gleich essen, jeden Tag 20 verschiedene Sorten. Und bei meiner Frau jeden Tag was anderes essen. Heute jetzt gerade McDonalds kaufen, morgen Pizza kaufen, übermorgen Döner kaufen. Jeden Tag bei meiner Frau was anderes zum Essen haben. Und ich diese sehr, sehr vermisse.